Danke! Willkommen! Hier ist Hedda! Willkommen! Morgen, Karlin! Auf dem Video! Schade! Schade! Schade. Schön gemacht! Schade. Schade. Oh, toll! Oh, geh auch schon wieder! Oh, geh! Deiner, komm! Ohne hier! Ohne hier! Ohne hier! Ohne hier! Du hast deine Dinger nicht eingepackt, ey! Der tickt hoch! Bis sie kommen helfen da! Ja! Und aufpassen jetzt! Tor anbleiben! Zwei Tore! Ja! Ein Gehen doch Bar! Bitte? Äh, wer das denn? Zwei Tore! Zwei Tore! Okay, schnelle Ausführung, schnelle Ausführung! Murat, den Ball sofort hinlegen, sofort machen, ja? Der Tor immer ganz frei. Schön, Lukas! Insi, pass auf, ihr! Boah, hat er schon mal den Ball berührt? Guck mal, Guck! Guck dir! Guck mal, Guck mal! Guck mal, Guck mal! Guck mal, Guck, du bist zu weit weg, du läufst zu weit weg! Im Umwand. Und weiter. Genau so. Kommt, komm. Ah, gut, komm. Weiter. Steiner Murat. Gut. Und nach vorne noch nicht, komm. Und schneller, komm. Gib mir los, die Linie runter. Hey, geht doch mal direkt von der Linie weg. Ganz zurück bis zur Grundlinie. Komm, ganz zurück. Alle Spieler hier zwei Meter zurück. Geht doch mal von der Linie weg. Ja, sag ja, ich hab schon gesagt. Hey. Das hörte sich nicht an, die tolle Aktion. Komm weiter. Hey, geh nicht spazieren. Lass nicht. Komm, komm, komm. Umdrehen, los, los. Dann geht sie schneller zurück. Komm weiter. Steiner noch. Komm, komm, komm. Außen anbieten, Ismail. Ismail, da musst du raus, da musst du dich anbieten dafür. Das ist ein bisschen die Konzentration nach. Auch das ist ein Fehler. Der Fehler. Und spielen. Spielen. Ohren und Marvin, kommt. Geh, 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 geh. Umdrehen, umdrehen. Geh, geh, geh. Wieder auf die Außenwand. Ah, Ecke. Dohan. Dohan. Vorne rein. Marvin, hin rein. Dohan. Ismail. Komm, komm, aufstehen. Kein Tempo. Hat der Papa gesagt, du warst spazieren gegangen? Ja, ist so. Schenkt euch was, ruht euch ein bisschen aus, dann kommt ihr wieder rein. Marvin, tiefer stehen. Marvin, tiefer stehen. Nach außen. Tschüss, tschüss. Schön. Und zurück. Unser. Oh. Marvin, konzentrieren. Teele. Komm mal her. Hey, Marvin. Mit dem Körper hinter dem Ball. Ja? Komm, ganz ruhig. Ganz ruhig. Du gehst gleich mit dem Ball. Marvin, du stehst tiefer. Der Luca steht davor. Weiter, weiter, komm. Klasse. Weiter. Weiter, guck, wie sie spielen, ne? Weiter, guck, wie sie spielen. Weiter, ne? Ja. Weiter, na, na, na. Weiter, na, na. Weiter, Zurück, komm! Zurück, komm! Klasse! Ungekehr zurück, komm! Klasse, Steiner, komm! Hurra, Tietermann! Schade! 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 Schön gespielt! Bei den Ecken wieder ruhiger! Wieder nach oben! Ja, so eine schöne Klärung wäre schön, ne? Vier Tor, komm weiter so! Und unser! Jawoll! Ja! Nein! Genau! Glocken! Lauf. Weiter! Jawoll! Timur, kleine Pause. Tu ein zentrales Mittelfeld!